Mein Name ist Bernhard Löser, ich bin der Pflegedirektor des Deutschen Herzzentrums München. Hier am Deutschen Herzzentrum werden Herz- und Kreislauferkrankungen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen nach dem jeweils neuesten Stand medizinischer Kenntnisse diagnostiziert und therapiert. Das Ziel des Pflegedienstes hier am Deutschen Herzzentrum ist es, eine professionelle, am Patienten wohl orientierte Pflege durchzuführen, die sowohl dem Hightech-Anspruchs des Deutschen Herzzentrums gerecht wird, aber auch von Empathie geprägt wird. Unsere Patienten weisen einen sehr hohen Schweregrad auf. Circa ein Drittel unserer Betten sind daher Intensivbetten. Wir haben dementsprechend eine sehr hohe Fachkraftquote und arbeiten insgesamt auf höchstem pflegerischen Niveau hier. Mir ist eine hohe fachliche Qualität in der Pflege wichtig, eine entsprechende Qualifikation, aber vor allem eine entsprechend hohe Motivation der Mitarbeiter. Unsere Mitarbeiter sollen sich trotz hoher Anforderungen wohlfühlen hier am Deutschen Herzzentrum, um damit beste Ergebnisse für unsere Patienten erzielen zu können. Mir ist wichtig, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine langfristige Perspektive hier am Deutschen Herzzentrum entwickeln können, sich persönlich weiterentwickeln können. Entsprechend haben wir auch viele langjährig Beschäftigte bei uns am Haus. In unseren Teams unterstützen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenseitig und ich lege großen Wert auf eine konstruktive, interdisziplinäre Zusammenarbeit, die von Kollegialität geprägt ist. Wir freuen uns über Bewerbungen von erfahrenen Fachkräften, aber wir freuen uns auch sehr über Bewerbungen von frisch examinierten Gesundheits- und Krankenpflegekräften, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegekräften, die bei uns hier ins Berufsleben starten können. Und das sowohl auf Allgemeinstationen als auch direkt im Intensiv- oder Funktionsbereich. Das ermöglichen wir durch strukturierte Einarbeitung, die auch individuell angepasst wird, und durch engagierte Praxisanleiter. Im Funktionsbereich stellen wir auch gerne medizinische Fachangestellte ein. Wir ermöglichen es unseren Bewerbern, im Rahmen von Hospitationstagen das zukünftige Arbeitsfeld kennenzulernen, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können. Wir haben aktuell Kooperationen mit fünf Krankenpflegeschulen und legen größten Wert auf eine professionelle Anleitung. Entsprechend bekommen wir auch regelmäßig Bewerbungen von Auszubildenden, die nach ihrem Examen bei uns beginnen wollen. Wenn Sie bei uns neu beginnen, bieten wir eine moderne technische Ausstattung, außerdem eine ausgezeichnete Einarbeitung nach Einarbeitungskonzept, die jedoch auch individuell angepasst wird. Im Intensivbereich finden im Rahmen der Einarbeitung sogar Workshops statt und ebenfalls im Intensivbereich haben wir sogar freigestellte Praxisanleiter. Wir bieten vielfältige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Zum Beispiel volle Unterstützung bei der Absolvierung der Fachweiterbildung für Anästhesie und Intensivpflege. Die Weiterbildung Pädiatrische Intensivpflege bieten wir selbst als kooperationsführendes Haus an. Aber auch weitere Weiterbildungsmöglichkeiten wie die Weiterbildung zur Leitung einer Station, Praxisanleiterkurse oder auch Blended Learning werden von der Pflegedirektion umfassend unterstützt. Damit sich unsere Pflegekräfte auf ihre originären Aufgaben voll konzentrieren können, werden sie unterstützt durch Servicekräfte, Versorgungsassistenten und durch einen Patiententransportdienst. In der Mitarbeiterführung ist uns Transparenz, Offenheit und Wertschätzung wichtig. Unsere Führungskräfte führen regelmäßig Mitarbeitergespräche und Teambesprechungen durch und informieren alle über aktuelle Entwicklungen im Deutschen Herzzentrum München. Wir fördern Teamentwicklungsprozesse, bei Bedarf auch unterstützt durch Coaching und Supervision. Das Deutsche Herzzentrum München zeichnet sich aus durch eine ideale Erreichbarkeit durch öffentliche Verkehrsmittel. Ergänzend bekommen unsere Beschäftigten über ein Jobticket die Möglichkeit vergünstigt öffentliche Verkehrsmittel in Anspruch zu nehmen. Darüber hinaus bezahlen wir außertarifliche Zulagen im OP, Intensiv- und Funktionsbereich. Diese richten sich nach der Höhe der Berufserfahrung im jeweiligen Bereich. Wir stellen außerdem Wohnraum für unser Personal zur Verfügung im eigenen Wohnheim. In Folge bietet sich die Möglichkeit der Inanspruchnahme von staatsbediensteten Wohnungen. Wir sind ein wachsendes Unternehmen, das sichere, aber auch hochinteressante Arbeitsplätze bietet und vielfältige Weiterentwicklungsmöglichkeiten bei uns im Haus. Ich freue mich auf Ihre Bewerbung. Kommen Sie zu uns, bringen Sie Ihr Fachwissen, Ihre Motivation, Ihre Kompetenzen bei uns ein. Gemeinsam erreichen wir beste Ergebnisse zum Wohle unserer Patienten. Ich freue mich auf Ihre Bewerbung. Du bist ein Wohle unserer Bewerbung. Und bitte, dass Sie die Bewerbung für die Bewerbung für die, Bühne werden wollen. Und ich freue mich auf Ihre Bewerbung für die Bewerbung für die Bewerbung. Vielen Dank.